Herzlich Willkommen liebe Leute zu einem weiteren Video Guide hier von MMOZONE, diesmal für Neo Zao, dem weiteren Weltboss auf der zeitlosen Insel von den himmlischen Erhabenen und ja der Kampf an sich ist super einfach, er hat wenig Fähigkeiten, euer Tank sollte natürlich darauf achten, dass er den Boss wieder vom Raid wegdreht, da er auch die Fähigkeit Kopfstoß wirkt, dabei erleidet der aktuelle Tank 1 Mio. Schaden und wird nach hinten gekickt, das hat man jetzt hier gerade kurz gesehen, allerdings 1 Mio. hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht viel an, wir bekommen allerdings den Buff Ausdauer des Ochsen Dabei erhalten wir pro Stack 20% mehr Lebenspunkte und ihr seht ja schon, ich habe hier 740.000 Lebenspunkte gerade, also selbst full buffed im Raid habe ich so viel nicht. Hier sehen wir gerade die Fähigkeit Ansturm, die der Boss bei 66 sowie 33% seiner verbleibenden Lebenspunkte wirkt. Hier hat gerade mal ein Hexenmeister gedacht, geil, ich stun euch alle mal. Ja, willkommen auf der zeitlosen Insel, sag ich da mal und ja der Boss kommt jetzt hier zurück, ansonsten solltet ihr natürlich nicht im Laufweg vom Ansturm stehen, ich denke das ist klar. Eine weitere Fähigkeit hat man gerade gesehen, da waren wir allerdings so weit weg, dass wir davon wenig mitbekommen haben und zwar ist das das heftige Beben, ist ein 10 Sekunden Cast und pro Sekunde erleidet man 100.000 Schaden, die müssen dann einfach weggehealt werden, aber an sich ist das mit oder ist das der wirklich einfachste Boss, den es bei den himmlischen Erhabenen gibt. Wir werden gleich nochmal bei 33% die zweite Ansturmphase sehen, da läuft der Boss wieder zur Mitte und läuft dann hier wieder einmal die Runde. Aber alles in allem, ja, sehr sehr einfach. Wir haben mittlerweile auch ein Zweier-Stack von Ausdauer des Ochsen. Ich weiß nicht genau, wie man das beeinflussen kann, dass man den Stack höher stackt, aber ja, ich meine, ihr seht ja, wir kriegen hier kaum Schaden. 33% er läuft jetzt zur Mitte und läuft dann, ja, dieselbe Runde noch einmal, glaube ich. Na, jetzt läuft er andersrum, aber nun gut. Ja, sehr einfacher Boss, wie gesagt, mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen, aber ein Weltboss. Ich meine, wir kennen ja alle die Schwierigkeitsstufe der Weltbosse. Ist jetzt nicht so dramatisch schwierig. Ja, letzten 20%, 24% noch. Ähm, vielleicht sehen wir nochmal das heftige Beben. Wobei, ja, doch sollten wir nochmal sehen, auf jeden Fall, wer zu... Ja, genau, jetzt wirkt ja das heftige Beben. Ähm, wie gesagt, mit 10 Sekunden Cast und pro Sekunde erleidet ihr 100.000 Schaden. Da ich aber jetzt auch knapp schon fast über eine Million Nebenspunkte habe, ist dieses heftige Beben nicht mehr so krass, aber, ja, dennoch sollten eure Heiler natürlich auf Zack sein. Ähm, ja, alles in allem aber, wie bereits mehrfach erwähnt, ein sehr, sehr einfacher Boss der himmlischen Erhabenen. Wie gesagt, euer Tank erleidet am Anfang viel Schaden, aber dann durch die Ausdauer des Ochsen wird das alles relativ einfach. Und ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, sage bis demnächst, liebe Leute, macht es gut, haut da rein, ciao. Bis zum nächsten Mal.